ich glaube ich das ding nimm es stehe ich auf den wahlen damit rechtsklick oh mein gott die kamera hat so scheiße und sie fühlt sich scheiße an sie trotzdem gut aus die kamera ist ja so wie die sich bewegt finde ich war das ding geht ab letzten ausgewicht ja finde ich auch das fassigen habe ich auch nennt haken hat sogar bei richtig geil ernsthaft in gott ehrlich gesagt sieht ein bisschen heftig aus nicht egal es war ich nicht fotografieren das sieht cool aus und das ja lato lato zum damm des highways genau springen natürlich habe ich nicht berührt nicht rauchen geht doch nicht hier in einem tempel da raucht man noch nicht er denkt immer an den helm er ist ein vorsichtiger mann macht aber schon bock hier um zu fahren die stimmung ist auch geil ja ich will hatte 200 der leben also atmosphäre ist ja schon cool denn der hat 700 meter schneller fäftige gebäude beschissen ich kann die kamera nicht erhoben nach unten schwenken zu seiten nach links und rechts wort mache ich okay das ist gut naja ich habe drauf ich habe mal recht weil ich dachte ich könnte mit einer waffe dann ziel ich habe da drauf 1 frage ich wie kann man denn von einem wagen oder motorrad und anderen wagen kommt dann gucke ich gleich mal auf die steuerung ich gucke mal hier mit der steuerung kann auch speichern speichern nein nicht laden nicht laden bloß nicht laden steuerung und steuerung und steuerung und griff geisel hochziehen fahre befehle er macht darum er könnte zu den fahre befehlen wechseln deckung konnte anspringen werfen anschließend ziel also gleich eventuell kann ich zu fahrbefehlen wechseln aber so abschnitte also man kann auch am freizielen schrift schießen landbremse hupe also kapan hier kuh zurück lehnen steuerung allerdings kapan kuh merke ich mir und tut mit kaha merke ich erstmal dick ist sehr am dampf aber schnell nacht geworden äh nachtdämmung hat er sich nein warum ist er immer durchtreten wieder mal aufsteigen also sonne fotografieren zack und zack hey die jubel der wälder sarker des krisis er hat er hat war so viel schmacht ff er gehört die kamerastellung zum einfall gemacht ich will das fotografieren gta das erforderlich 8 500 was ist das jetzt eine böse männer nein ich höre nix na was machen die bösen männer hier nicht blocken hast du nicht mehr ich weiß ich leichte darunter jung also stehen den rambo verschmeißen oder schmeißen runter schweißen verkackten darunter wo kann ich den bank zerschmettern mit seinem gesicht aus überhalten für verteidigung also jetzt kommt durch die bank welchen treten rückenbruch und dafür liegt er was das denn das ist das also zu sorgen 5000 hongkong dollar kubel das habe ich endlich ganz viel kleingeld da komme ich guck mal so ein bisschen um ist die gegend der kunden mache ich immer gerne oder kann auch schön war kein schwimmen übel dann fahre ich ja wieder weiter weil ich jetzt mal das kapern ausprobieren da habe ich bock drauf und ich versuche hier das funktioniert damit ich eine mission dann nicht voll abkacke wenn ich jetzt mal brauchen also ruhig ist es schön so ich gucke mal die map an map 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 ist das hanenkampf ja tschüssig binärend guck mal direkt dann mhm soll ich noch hin springen keiner fährt in die richtung die ich vermutet obwohl da vorne doch doch vorne Motorradsprung 53 Meter hab ich geschwungen, krass, wie spring ich da irgendwo hin, steh ich nicht. Mann, ich meine, jetzt muss ich mit dem linken Daumen nach links und rechts steuern. Ah, fuck, ah, ah, verdammt, ah. Ah, scheiß drauf, ist dann da hier. Du hast zuerst auch so was zu essen? Ne, dann bin ich schon vorbeigefahren. Nein, noch nicht. Boah, spring doch! Na, ich verstehe das nicht. Wie kam man denn, was? Hier habe ich gesagt, abwerfen, ich steig da wieder drauf. Haha, nein, ich crash nicht, du homo. Mah, scheiß drauf, ey. Wie ich jetzt mal schaffe. Oh, da sind wieder böse Männer. Irgendwo unten, keine Ahnung. Ja, da sind ja welche. unten. Ja, ich geh mal. Ah, bis er aussteigt, ne? Achso, da vollkommen wir runter. Ja, ne, wenn ich wieder aussteigen. Toll. Wollt ihr den Helm eigentlich mal her? Aus dem Motor? Hey, wie komm ich denn da runter jetzt? Okay, warte, ich geh jetzt mal zum Hahnenkampf, da komm ich wieder zurück. Ja, ich glaube, da muss ich gleich mein Ding loswerden. Ich verstehe halt immer noch nicht. Ich soll das gehen. Aber bloß nicht die Taste drücken. Ah, ich kann mir einfach ein Auto. Boah, ich bin überfahren, also Sack. Ah, warte, warte. Okay. Die Physik ist perfekt. Ey, ey, Junge, ey. Ey, fack. Okay, dann gibst du mir deine Karriere jetzt. Ist das selber verkeppt, Junge. Warte. Tom, 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 Tom. So, hier runter. wort so heftig weiter sprung handkampf auf dem boot ok was ich glaube die preise nicht leisten ist ein tritt und ich trete die nach vorne die fliegt nach rechts weg und dem freund ist es egal der kräfte der marsch auf der freie kommt so eine widerliche geht doch trink keine pc kann schwimmen zwar schon immer sondern wird auch so bleiben die schuhe ja er hatte sehr eindeutig warum muss es jetzt nachts eigentlich mal wird nicht nachts um ich mag so ein zack ist auf diese preise beim harnkampf so müssen schon ein million so meine karte steht hier noch gut ich kann meine anderen die schweiß aus heißt mein motorrad was ja kürze denkt man so lange so dass er wirklich rückwärts mit von der kleidung her wo er verdammter scheiß so da unten sind die irgendwo glaube ich ja da vorne da vorne sehen sie geht sie noch nicht ja wo sind sie denn also das gesicht scheiße nein nicht 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 man bricht er mir denn alter krass nein ich bin tot heftig nein wo bin ich denn ja heftig sehr gut